Ich bin die Elisabeth und bin elf Jahre alt. Ich bin die Pauline und bin neun Jahre alt. Ich bin die Lucia und bin zehn Jahre alt. Wir sind die Sternsinger Reporter. Und sind wir in Altötting? Und starten jetzt den Sternsinger Countdown! Zehn! Bein! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Fünf! Zwei! Eins! Wuuuuh! 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 Woher kommst du? Ich komme vom Leskirchen. Was gefällt dir so am Sternsingen? Mir gefällt besonders, dass wir eben an Arme spenden und wir dabei heute an den Armen helfen. Was gefällt dir am meisten am Sternsingen? Ähm, dass man von Haus zu Haus geht und dass es so leicht ist, aber so schön. Seit wie vielen Jahren machst du es jetzt schon, Sternsingen? Das ist mein allererstes Mal. Was war dein tolles Erlebnis als Sternsinger bis jetzt? Ja, dass ich immer gefilmt oder fotografiert werde. Was macht dir am Sternsingen so viel Spaß? Eigentlich alles drumherum. Eigentlich alles drumherum, also die Gemeinschaft, dass man für die Kinder sammeln gehen kann. Ja, das ist drumherum seit 14 Jahren. Gefällt dir das Thema heuer? Ja, also Inklusion und Kinder mit Behinderung mit in der Gemeinschaft integrieren finde ich sehr wichtig. Und das ist auch für alle, finde ich, eine Bereicherung für uns und für die Kinder, die es betrifft. Das war die bundesweite Eröffnung der Sternsinger-Aktion in Altötting. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Sternsingen eurer Pfarrei. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Musik